Pater, komme ich in den Himmel? Pater, reichen 10 gegrüßet, seist du Maria, oder muss ich 100 gegrüßet, seist du Maria, beten? Pater, Pater, reicht 6 mal beichten, oder muss ich 7 mal beichten? Von Matthäus Kapitel 23, man kann es auch von Anfang lesen. Ab Vers 8, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Vers 9 steht also deutlich geschrieben für die Gläubigen an den Herrn. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Wie lange nennen wir also diese Leute, diese Priester, immer noch Pater oder Vater? Wie lange nennen wir sie immer noch Vater? Ein katholischer Priester studiert mindestens sein Priesteramt 4 Jahre lang. Es gibt aber noch krassere Fälle, die Legionäre Christi, so nennen die sich. Den ihr Studium dauert 12 bis 14 Jahre. Und am Ende haben sie ein Grinsen auf dem Gesicht und lassen sich von allen Pater oder Vater nennen. Nach 12 oder 14 Jahren Studium, beziehungsweise 4 Jahre, nennen sie sich immer noch Vater. Obwohl hier, oder lassen sich so nennen, obwohl hier deutlich drin steht, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und die weisen euch auch uns nicht zurecht. Niemals habe ich es mitbekommen, dass wir zurechtgewiesen werden, dass sie nicht Vater genannt werden sollen. Im Gegenteil, die genießen es, Vater genannt zu werden. Was ist das für ein riesiges Fail von denen, 12 bis 14 Jahre lang den Glauben zu studieren, sozusagen, sich die Qualifizierung zu erkaufen und danach immer noch sich Vater nennen zu lassen. Obwohl es hier deutlich steht, das ist doch ein riesiger Fail von denen. Ein Versagen. Weshalb sie so grinsen und sich immer noch Vater nennen lassen, was zeigt, dass denen ihr Studium nicht komplett ist, wenn überhaupt, was sie tun, ein Studium an dem Höchsten genannt werden kann. Weil sie picken sich die leckeren Kirschen raus, das, was ihnen gefällt, zum Beispiel, dass sie Vater genannt werden. Das lernen sie. Und wenn es ihnen nicht gefällt, was Jesus sagt, dann lassen sie es einfach aus. Die lernen nur das, was ihnen gefällt, was sie dann den anderen Leuten erzählen können, was dann ihnen nutzt, weil die werden dann mit dem Schöpfer indirekt gleichgesetzt, weil der Vater oben, das ist ein Titel für den Schöpfer von allen. Und die tun sich halt nach 12, 14 Jahren Studium dem Schöpfer gleichsetzen, indem sie sich indirekt Vater nennen lassen. Oder halt Lehrer oder Meister oder sowas. Dabei sollen wir nur einen Lehrer, Meister, Vater nennen, der oben ist. Und einer ist euer Meister, euer Christus. Und wenn er Meister ist, ist auch der oben unser Meister. Wie lange tun wir das einfache Volk sozusagen? Ich war mal einfach, jetzt bin ich aber ein bisschen komplexer geworden. Und wie lange lernen wir diese Menschen immer noch Vater? Ich gucke mal eine Stelle vom Buch Hiob an, weil das Ganze erinnert mich an das Buch Hiob. Als Gott die zwei angeblichen Freunde von Hiob, welche vor ihm, natürlich vor dem Herrn, der zugeguckt hat, von der Ferne, Falsches über ihn geredet haben, über den Höchsten, da war er über sie so erzurnt, dass er sie fast ausgelöscht hätte vor dem Hiob. Obwohl diese zwei nicht irgendwelche dritten, vierten oder fünften gelehrt haben, irgendwelche x-beliebigen Leute, sondern alle nur, dass sie Falsches über den Höchsten gesprochen haben, als er vor dem Hiob war. Und die wären fast ausgelöscht worden. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert deinen Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob verendet hatte. Da sprach der Herr zu Elifas, dem Themaniter, Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun sieben Jungstiere und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer da für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch beten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Da ging Elifas, der Themaniter, und Bildert, der Schuhiter und Sofa, der Nahmatiter und machten es so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte und der Herr erhörte Hiob. Das ist praktisch mir und da bitte ich Gott um Entschuldigung, denn Dinge aus der Vergangenheit sind mir immer noch unerklärlich und vielleicht habe ich Irrlehren aus der Vergangenheit gelehrt, vielleicht aber auch nicht, weil die Vergangenheit ist einige tausend Jahre zurück und es ist für uns sehr schwer, die Vergangenheit heute noch so zu sehen, wie sie damals passiert war. Die Sache mit dem Nenne niemals, Lass dich niemals Vater nennen oder Wir sollen niemanden Vater nennen, diese Sache ist ganz simpel und die lassen sich trotzdem noch Vater oder sogar Heiliger Vater, der Papst lässt sich so nennen. Diese Sache ist eigentlich die simpelste Sache von allen. In den vier Evangelien, es sind ja nur vier Evangelien, eine ganz simple Lehre und es zeigt, dass denen ihr Ziel nicht ist, dem Herrn zu gehorchen, sondern denen ihr Ziel ist es, gelobt zu werden, ihr Amt zu halten, es zu genießen und ihre Stellung, ihre Machtposition zu halten und davon zu profitieren und die Leute in ihren falschen Vorstellungen von wer der Vater ist auszunutzen. Also, wie lange nennen wir sie noch Vater? Zeig es deinen katholischen Freunden. Vielen Dank dir auch. Vielen, vielen Dank dir, wenn du es ihnen zeigst. Vielen Dank dir und abonniere den Kanal bitte, drücke die Glocke, dann wirst du am Laufenden erhalten. Sage mir, was ich besser machen kann, weil wenn du die Glocke drückst und am Laufen hältst, dann zeigt das YouTube den potenziellen Katholiken, dass sie dieses Video angucken sollen und dann wird es weiter empfohlen.